Honigperlen, Dein Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Lebensfreude, der Dich bei Deinem Weg auf einem erfüllten Leben unterstützt. Mein Name ist Melanie Pigniter, ich bin diplomierte Mentaltrainerin, Buchautorin und Selbstliebe-Mentorin. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass Du mit dabei bist. Glückshormone und wie Du sie durch Selbstliebe aktivierst. Darum geht es in der heutigen Podcast-Episode, die sozusagen eine Sondersendung oder Special-Sendung ist, denn ich mache sie anlässlich der erweiterten Neuauflage meines allerersten Buches. Als ich lernte, mich selbst zu lieben, war mein Leben eine runde Sache. Und wir starten mit der Frage, Glückshormone durch Selbstliebe oder glücklicher durch Selbstliebe? Ist das nur ein Marketing-Spruch oder steckt da mehr dahinter? Ich möchte diese Frage mit einem Selbsttest für Dich beantworten. Stell Dir vor, Du unternimmst einen traumhaft schönen Urlaub. Welche der folgenden Optionen würde Dich glücklicher machen? A. Du reist mit einem Menschen, der Dir vertraut ist und den Du von Herzen gerne magst. B. Du reist mit jemandem, den Du nicht ausstehen kannst und vor dem Du keine Achtung hast. Die zweite Frage merkt Dir, ob Du A oder B gewählt hast. Stell Dir vor, Du hast gerade eine miese Lebensphase, Dir ist zum Weinen zumute. Was wäre Dir jetzt lieber? A. Du hast jemanden an Deiner Seite, der Dich mag, der Dich tröstet, Dir zuhört und Dir Mut zuspricht. Oder B. Du hast jemanden an Deiner Seite, der Dich ständig kritisiert, sagt, Du seist an allem selbst schuld und nie ein liebevolles Wort übrig hat. Die Auflösung? Vermutlich hast Du beide Male A gewählt. Wenn Du Dich aber selbst nicht liebst, so wählst Du im Leben eigentlich ständig B. Denn Du hast so ständig jemanden an Deiner Seite, nämlich Dich selbst, der Dich davon abhält, glücklich zu sein oder bestärkt oder schneller als einer Krise hervorzugehen. Denn Du begleitest Dich in jedem einzelnen Moment Deines Lebens. Liebst Du Dich aber selbst, so bist Du durch Dein Verhalten und Deine Gedanken Dir selbst gegenüber in der Lage dazu, die Ausschüttung Deiner Glückshormone zu steigern und so ein glücklicheres und ein erfüllteres Leben zu führen. Ist es nicht genau das, was wir uns alle wünschen? Aber lass uns jetzt konkret werden. Wie funktioniert das mit der Glückshormonausschüttung durch Selbstliebe? Ihr wisst ja, ich bin ein Praxisfan und dementsprechend habe ich Dir hier jetzt noch die vier Glückshormone mitgebracht, die Du durch Aktivitäten der Selbstliebe ausschütten kannst oder deren Ausschüttung Du enorm verstärken kannst. Wir beginnen mit dem Kuschelhormon Oxytocin. Das Kuschelhormon, das kannst Du aktivieren, indem Du zum Beispiel Dir selbst liebevoll das Gesicht streichelst. Mach das ruhig mal gerne, sehr angenehm, ca. 60 Sekunden lang. Oder indem Du Dich selbst lobst oder Deinem Spiegelbild ein Kompliment machst. Oder indem Du Dich selbst umarmst, z.B. kurz vor dem Einschlafen. Oder indem Du Deine Hand auf Dein Herz legst und einfach atmest. Diese Bewegung bzw. diese Berührung, die führt bei uns zu derselben Glückshormonausschüttung wie eine Umarmung übrigens. Oder sprich Liebe und verständnisvoll in Gedanken mit Dir selbst so oft wie nur möglich. All das führt zur Ausschüttung des Kuschelhormons. Dann haben wir das Glückshormon Serotonin, das Wohlfühlhormon sozusagen. Und das kannst Du aktivieren durch z.B. eine selbstliebe Meditation oder durch selbstliebe Affirmationen. Durch Me-Time, durch ausreichend Schlaf oder auch durch Auszeiten am besten in der Natur und mit Sonnenlicht. Dann haben wir das Glückshormon Topamin, das Antriebshormon sozusagen. Und das kannst Du aktivieren, indem Du Deinen Herzenswünschen nachgehst. Indem Du herausfindest, was Deine Herzenswünsche sind und aktiv an ihrer Erfüllung arbeitest. Indem Du Deinem Körper die Nahrung schenkst, die ihm gut tut und vor allem die Dir schmeckt. Indem Du langsam, genüsslich und achtsam isst. Indem Du Dinge tust, die Dich mit Sinn erfüllen. In Familienzeit, tiefe Gespräche, ein geliebtes Hobby oder eine Leidenschaft. Kurzer Vermerk, Du findest natürlich all das auch wieder schriftlich im Blogbeitrag dazu. Und den verlinke ich Dir unten in den Shownotes. Jetzt kommen wir zum vierten Hormon, das wir durch selbstliebe Aktivitäten aktivieren können. Nämlich die Endorphine, die Energiehormone. Zum Beispiel jeden Tag eine Sache tun, die Dir richtig Spaß macht. Lachen oder Lach-Yoga. Hier gibt es auch ganz einfache Methoden, die Du dazwischen, zum Beispiel zwischen der Arbeit oder morgens nach dem Aufstehen alleine praktizieren kannst. Zum Beispiel die Zehn-Finger-Übungen. Dazu nimmst Du einen Finger hoch und machst einmal Ha. Du nimmst einen zweiten Finger hoch, machst dann Ha-Ha. Du nimmst den dritten Finger hoch und machst dann Ha-Ha-Ha. Und so machst Du das, bis Du alle zehn Finger oben hast. Und ich garantiere Dir, zum Schluss wirst Du Dir nicht mehr so vorkommen, als würdest Du künstlich lachen, sondern Du wirst tatsächlich lachen. Eine weitere Aktivität, die das Energiehormon Endorphin aktiviert, ist Zeit mit Menschen verbringen, die Dich zum Lachen bringen, die mit Dir Deinen Humor teilen. Oder kleine Mie-Abenteuer, wie zum Beispiel einfach mal laut unter der Dusche singen, tanzen nach dem Aufstehen, Hula-Hoop, Trampolin springen und so weiter. Ja, Selbstliebe macht also wirklich glücklich, aber natürlich steckt noch viel mehr dahinter. Schließlich gilt es unter anderem erstmals die Blockaden, die vielleicht Deine Selbstliebe blockieren, zu lösen. Außerdem hält die Glücksforschung noch viele weitere praktische und einfache Tipps bereit, um Deine Lebensfreude zu steigern. Und genau diese Ansammlung an Tipps und noch mehr Tiefe, wie Selbstliebe Dich glücklich macht und Deine Lebensfreude verstärkt, die findest Du in meinem neuen Buch, in meinem allerersten Buch, das jetzt als Neuauflage erscheint. Als ich lernte, mich zu lieben, wurde mein Leben eine runde Sache. Du hältst es jetzt überall im Handel. Ja, und von mir noch so ein kleiner persönlicher Vermerk dazu. Als mein Verlag das Buch wieder auflegen wollte, habe ich zuerst mal schnell Ja gesagt. Und als ich das Buch dann las, da habe ich dann einfach gemerkt, wie viele Welten hier zwischen diesem Buch und meinem jetzigen Persönlichkeitsentwicklungsstand sind. Und dann hatte ich plötzlich meine Zweifel. Aber dann habe ich das Buch gelesen. Ich habe es natürlich auch überarbeitet und teilweise erneuert. Aber ich habe auch festgestellt, dass nicht immer nur unser jetziges Ich das klügste und weiseste Ich ist, sondern dass unser früheres Ich uns auch ganz, ganz viel zu sagen hat. Denn bei allem Überarbeiten hat mir mein früheres Ich wieder wichtige Dinge mitgegeben, die ich fast schon vergessen hatte. Und deswegen bekommst du hier eine kunterbunte Sammlung, die dir dabei hilft, den Weg der Selbstliebe und Lebensfreude zu gehen. Buchtitel Als ich lernte, mich zu lieben, wurde mein Leben eine runde Sache. Und den Link findest du natürlich gleich unten in den Shownotes, der dich zu den Shops bzw. zu der Bestellmöglichkeit führt. Überall im Buchhandel gibt es das Buch natürlich auch. Und last but not least, wenn du noch tiefer tauchen möchtest, was das Thema Selbstliebe betrifft, der neun Wochen Selbstliebelehrgang mit persönlicher Begleitung in der Variante nur für dich oder Selbstliebetrainer, der startet in Kürze und du kannst dich jetzt noch unverbindlich vormerken lassen. Herzlich, deine Melanie